Du hast dir Diablo 4 geholt, hast aber keine Ahnung, welche Klasse du spielen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Stefan Fuchs, der Pladdinspieler, und in diesem Video stelle ich dir die 5 Hauptklassen von Diablo 4 mit ihren Spezialisierungen sowie Vor- und Nachteilen vor. Los geht's! Anders als in früheren Diablo-Teilen musst du dich zum Spielbeginn nicht für einen Helden entscheiden, sondern kannst deinen eigenen Charakter erstellen. Und musst dich lediglich auf eine der 5 Hauptklassen festlegen. Da du bis zu 10 Charaktere erstellen kannst, empfehle ich dir auf jeden Fall jede Klasse einmal auszuprobieren. Selbst wenn du in jedem Spiel einen muskelbepackten Krieger oder eine arrogante Magierin spielst, lohnt es sich trotzdem den anderen Klassen wenigstens eine kleine Chance zu geben. Denn jede Klasse bietet dir ein vollkommen unterschiedliches Spielerlebnis und hat dabei haufenweise Individualisierungsmöglichkeiten. Dein Totenbespörer wird sich zum Beispiel niemals genauso spielen wie der von deinen Freunden oder der von mir. Glücklicherweise gibt es einige Grundtendenzen bei den einzelnen Klassen, sodass du mit deinem allerersten Charakter nicht komplett ins Blaue greifen musst. Der Druide kann als Wehrwolf, Wehrbär, Sturmmagier oder Erdmagier gespielt werden. Auch wenn diese Spezialisierungen nach haufenweise Damage und vielem Herumgehüpfe klingen, so spielt sich der Druide eher wie ein langsamer Bruiser oder Tank. Dank der hohen Lebenspunkte, Abwehr und Lebensregeneration kannst du als Druide selbst heftige Bosse lange beschäftigen und unglaubliche Mengen an Damage weg tanken. Die Wehrwolf-Form setzt dabei vor allem auf Angriffsgeschwindigkeit und Single-Target-Damage und die Wehrbär-Form ist dafür dank ordentlicher Aoe-Attacken deutlich besser für den Kampf gegen größere Horden an Gegnern geeignet. Die Magier 2 gebieten dir hingegen nützliche Crowd-Control, so kannst du als Sturmmagier deine Gegner durch die Gegend schubsen und als Erdmagier massiv verlangsamen oder festhalten. Insgesamt ist der Druide eine solide Klasse, die insbesondere im Multiplayer-Spiel eine massive Hilfe für das gesamte Team darstellt. Für Einzelspieler ist die Klasse aber aufgrund des mangelnden Damage-Outputs relativ schwer zu spielen und nicht unbedingt für Einsteiger geeignet. Der Jäger ist insbesondere eine Klasse für schnelle Kills und hohen Damage-Output innerhalb kürzester Zeit. Diese Klasse ist genau die richtige Wahl für dich, wenn du einen klassischen Dieb-Assassin oder Waldläufer spielen willst. Hier hast du die Wahl, ob du mit Pfeil und Bogen, Dolchen oder Wurfklingen kämpfen möchtest. Zusätzlich kannst du Fallen auslegen und deine Feinde mit vergiftenden Angriffen unter Druck setzen. Dadurch erfordert der Jäger aber auch viel Planung und eine geduldige Vorgehensweise im Spielstil. Begegnungen mit schwächeren Gegnern kannst du durch einfaches Knöpfe prügeln leicht meistern, aber sobald deine Feinde nicht mehr mit einer einzigen Kombo besiegt werden können, machen sich die niedrigen Lebenspunkte und Abwehr schnell bemerkbar. Hier solltest du Spaß daran haben, schnell auszuweichen und deine Gegner an der Nase herumzuführen, bis deine Cooldowns abgelaufen sind, wenn du diese Klasse längerfristig spielen möchtest. Daher muss ich auch beim Jäger sagen, für Einsteiger jetzt nicht unbedingt die perfekte Wahl. Der Zauberer ist eine reine Fernkampf-DPS-Klasse. Wenn du weit von deinen Feinden entfernt stehst und deine Fähigkeiten ungehindert auf sie draufschleudern kannst, dann machst du hier enormen Damage. Aushalten kannst du hingegen nicht sonderlich viel. Deshalb ist diese Klasse vor allem im Multiplayer-Spiel in Kombination mit einem Droiden sehr stark, kann aber trotzdem auch im Singleplayer problemlos von Einsteigern gespielt werden. Im Kampf hast du die Wahl zwischen der verlangsamenden Frostmagie, der massiven Schaden anrichtenden Feuermagie und der schnellen und kritisch treffenden Blitzmagie. Diese Klasse ist immer dann genau die richtige für dich, wenn du gern vor Gegnern weglaufst und sie von weitem mit mächtigen Zaubern so lange bombardierst, bis sie umfallen. Der Totenbeschwörer ist eine flexible Allrounder-Klasse und definitiv meine absolute Empfehlung für Einsteiger und Anfänger. Diese Klasse startet bereits mit mehr Fähigkeiten als alle anderen und lässt dich deine eigene Armee aus lebendigen Toten aufbauen und in den Kampf schicken. Deine Diener richten hier nicht nur Schaden an deinen Gegnern an, sondern lenken diese auch ab, fangen deren Attacken für dich ab und geben dir genügend Zeit und Raum für deine eigenen, ganz anderen Kampffähigkeiten. Mit Hilfe von Knochenmagie richtest du massiven Schaden an deinen Feinden an, Dunkelheitsmagie überzeugt euch Crowd Control, die Feinde vertreibt und ihnen Schaden über Zeit zufügt und Blutmagie heilt dich gleichzeitig, während sie deinen Feinden dennoch ordentlich Schaden zufügt. Die einzige Schwäche dieser Klasse besteht darin, dass deine Diener relativ wenig Lebenspunkte haben und von Bossgegnern durchaus auch mal besiegt werden können, doch hier bieten dir die meisten Bosse zum Glück frische Leichen zum Beschwören neuer Diener an. Und zum Schluss kommen wir noch zum Barbaren. Diese Klasse ist ein reiner Nahkampf-DPS. Barbaren fügen ihren Feinden konstanten Schaden zu, müssen dabei aber relativ nah an ihnen dran stehen. Der Berserker-Modus erhöht deine Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit, sodass Gegner neben dir einfach wegschmelzen. Blutungsangriffe fügen Feinden noch mehr Damage over Time hinzu und ergänzen dadurch den konstanten Schaden der Berserker-Attacken perfekt. Dabei kannst du nahezu jede Waffenart ausrüsten und bist so im Kampf extrem flexibel. Sollte es einmal eng werden, kann der Berserker auch seine angestaute Wut einsetzen, um mächtige Finisher durchzuführen. Denk aber daran, dass diese Klasse nicht für Burst-Damage gemacht ist, sondern hauptsächlich durch den gleichmäßigen Damage glänzt. Und durch die einfache Spielweise ist der Berserker ebenfalls für Einsteiger sehr gut geeignet. Wenn du mehr Hilfe in Diablo 4 haben willst, dann tritt am besten einem Clan bei. Dadurch können dir andere Spieler mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn du mal wo nicht weiterkommst. Natürlich kannst du auch gern meinem Clan beitreten. Such dafür einfach nur nach dem Orden des Fuchses und schon können ich und alle anderen aus der Community dir in Sanctuary beistehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye!